Hi, hier sind die Erlich Brothers und in unseren Shows machen wir das Unmögliche. Oh ja, aber wenn es um die Gesundheit geht und vor allen Dingen auch um die eigene, da hilft keine Zauberei, da hilft nur Vorsorge. Da verlassen wir uns nicht auf Illusionen, sondern auf Vorsorge. Und das solltet ihr auch, denn Krebs kann sehr heimtückisch sein und... Gankrit ist häufig vermeidbar. Also redet mal mit der Familie drüber, lasst euch durchchecken, denn es gibt keinen zu Jungen für diese heimtückische Krankheit.